Der Norddeutsche Rau wie das Meer, stürmisch wie der Wind, fein wie der Sand Betrachtung im Wandel der Zeit Unterstützt von www.musicfox.com GEMA-freie Musik kostenlos Idee, Text, Umsetzung und am Mikrofon Heiko Janusz Moin Moin zusammen, hier bin ich wieder, der Norddeutsche Vorgestern habe ich über die Initiative Eltern stehen aufgesprochen und versucht sowohl einen Rückblick auf die letzten Jahre als auch einen Ausblick in unsere Zukunft zu geben Heute schaue ich in den Telegram-Kanal von Dirk Dietrich und finde einen Text bzw. eine Audiodatei von Tagesereignis die mich gefesselt hat Der Titel lautet Wir haben keine Zeit für Angst in diesen Tagen Wir haben Grund zur Freude Wenn ihr auf die Seite www.tagesereignis.de geht, werdet ihr den Artikel und die Audiodatei finden Es gibt von Tagesereignis auch einen Telegram-Kanal Da der Artikel doch sehr dem nahe kommt, was ich denke und sage und ich ihn einfach für die jetzige Zeit so wichtig finde Habe ich ihn jetzt hier noch einmal aufgenommen So kann ich ihn selbst noch einmal richtig gut verinnerlichen Bitte nehmt euch die Zeit und hört euch den Text einfach an Ich glaube, es passiert gerade so viel auf der Welt Und die Ereignisse treten synchron auf Dass hier auf einer anderen geistigen Ebene wirklich eine Menge bewegt wird Synchronicität der Ereignisse Darum geht es Es sind keine Zufälle Zufälle gibt es in diesem Sinne nicht Außer in dem Kontext Dass etwas einem zufällt Und dann ist es ja beabsichtigt Viele Ereignisse, die aktuell eintreten, wirken so, als wenn sie jetzt eintreten müssen Und in Kombination mit anderen Ereignissen eine Wirkung erzielen sollen Wie eine große Orchestrierung, wo alles fein aufeinander abgestimmt wurde Und wir sind Teil dieser Orchestrierung Wir spielen da mit Wir dirigieren Und spielen in diesem Orchester mit Und unsere Rolle ist enorm wichtig Selbst der Triangelspieler in dem Orchester ist enorm wichtig Auch wenn er nur einen einzigen Ton im ganzen Stück spielen muss Aber dieser eine Ton ist wichtig Jeder ist wichtig Und jeder wird gebraucht Ich lese euch den Artikel jetzt einfach vor Leider weiß ich nicht, wer den Text geschrieben hat Aber egal Nehmt euch also die Zeit Macht es euch gemütlich Und hört einfach zu Die Überschrift des Artikels lautete wie gesagt Wir haben keine Zeit für Angst in diesen Tagen Wir haben Grund zur Freude Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem jeder Mensch sich entscheiden muss Geht er den bequemen oder den unbequemen Weg Der bequeme Weg versucht, in die alte Zeit zurückzufinden Da, wo alles noch in Ordnung war Der unbequeme ist der neue, unbekannte Bei dem man gar nicht richtig weiß Wohin er führen wird Diese Unsicherheit mag der Grund dafür sein Dass so viele Menschen sich derzeit die alte Zeit zurückwünschen Bei der sie den Kopf in den Sand stecken konnten Als selbst die Medien gelegentlich noch ihre Aufgabe wahrnahmen Und man zumindest glaubte Sie würden wahrhaftig berichten Aber würden wir die mindestens letzten acht Jahre wirklich vergessen können? Nein, sagen heute viele Menschen Denn hier sehen wir die alte Zeit Und deshalb wird es nicht klappen Sie hat nicht funktioniert Und die Ereignisse, insbesondere der letzten Jahre Haben vielen die Augen geöffnet Auch wenn einige Meisterflötenspieler sich immer noch bemühen Uns in mehr Abhängigkeit zu manövrieren Es ist zu spät Eine weltweite Gegenbewegung ist bestrebt Sich nach vielen Jahrtausenden endlich zu emanzipieren Die Menschheit erwacht Diese Gegenbewegung mag kleiner sein Aber sie ist allein schon deshalb stark Weil sie gerichtet ist Während die große Masse der Menschheit Weiterhin im Dämmerzustand verharrt Denn dort, wo der Geist des Widerstands erwacht ist Schaut man hin Und sucht nach Antworten Im Fokus liegt die Kraft Allmählich müssen wir alle uns entscheiden Ob wir lieber der Masse folgen wollen Der, die sich die alten Zeiten zurückwünscht Oder ob wir an einer neuen Zukunft mitarbeiten Einer friedlichen Harmonischen In der es möglichst allen Menschen gut geht Denn diese Zukunft lässt sich nicht mehr verhindern Und sie wird hoffentlich nur das Gute Aus der alten Zeit mitnehmen Kaum etwas ist stärker Als der gerichtete Wille von Menschen Die in einem wachen Zustand Zur Tat schreiten Sie schauen hin Verbinden sich Und sie wissen, was sie wollen Sie arbeiten an der Befreiung aus dem Hamsterrad Und am Grundstein einer neuen, freien und friedlichen Gesellschaft Und sie bleiben dabei friedlich Denn die Zeit der Farbrevolutionen ist vorbei Wie sehr die Zeiten sich verändern Sehen wir heute fast täglich Denn der Schatten Der unsere Welt immer wieder verdunkelt Bemüht sich sehr darum Dass sein immer stärker werdender Gegenspieler Nicht Licht in diese Dunkelheit bringen wird Aber genau das passiert Hier sind ein paar Stichpunkte Für die, die es interessiert Der Dollar ist gerade dabei Entmachtet zu werden Ein völlig neues Geldsystem Entsteht bereits in anderen Teilen der Welt Und das ist wahrscheinlich erst der Beginn Die BRICS-Staaten erklärten Bei ihrem kürzlichen Treffen in Südafrika Sie wären gegen Hegemonie Und Neokolonialismus Und für eine multipolare Weltordnung Auf der Grundlage des Völkerrechts Und sie würden die Meinung der Weltmehrheit verteidigen Putin berichtet beim BRICS-Gipfel in Südafrika Über eine Videoschalte Er sagt Die Welt befindet sich nach Jahrzehnten Westlicher Dominanz im Umbruch Die BRICS und ihre Agenda Kristallisieren sich immer mehr als ernstzunehmendes Gegengewicht und Alternative zum Westen heraus Zitat Ende Trump gewinnt durch die vielen Anklagen gegen ihn immer mehr Wähler Er wurde gerade zum x-ten Mal angeklagt und verhaftet Aber gegen Kaution wieder freigelassen Etliche seiner Anwälte wurden mit angeklagt Darunter Sidney Powell Jenna Ellis Mark Meadows Und Rudy Giuliani Insgesamt gab es 18 Anklagen aus Trumps näherem Umfeld Es ist ein öffentliches Theater Tucker Carlson's Interview mit Donald Trump Bekam in drei Tagen mehr als 261 Millionen Zuschauer Joe und Hunter Bidens Treiben in der Ukraine wird weiterhin von den Republikanern untersucht Und sie bekamen nun Unterstützung von dem einstigen ukrainischen Ankläger Schokin Der damals gegen Burisma und damit auch gegen Hunter Biden ermittelte Und dafür gefeuert wurde Hier ist ein aktuelles Interview mit Fox News Und ich hatte bereits im Dezember 2020 und September 2019 darüber berichtet Im November 2019 bat die Ukraine dann plötzlich um Mithilfe bei der Ermittlung wegen Korruption Wenn man die Situation heute betrachtet, wo sich Zelensky wieder stramm auf die andere Seite gestellt hat Dann darf man sich, mit Blick auf die 180-Grad-Wende, wundern Die ehemaligen afrikanischen Kolonien wollen nun ihre Souveränität zurück Und es sieht gut für sie aus Es ist zu hoffen, dass dann bald keine kleinen Kinder mehr dort arbeiten Wo man zum Beispiel nach wertvollen Materialien für Batterien schürft Die Daily Mail berichtete darüber und titelt Vierjährige Bergarbeiter leben in der Hölle auf Erden Damit du ein Elektroauto fahren kannst Wenn ich morgens aufwache, dann fühle ich mich schrecklich Denn ich weiß, dass ich hierher zurückkommen muss Alles schmerzt Wenn ich hier arbeite, dann leide ich Meine Mutter ist bereits tot Und ich muss hier jeden Tag arbeiten Mein Kopf tut mir weh Richard und sein Freund Dawson wurden nach der Ausstrahlung dieses Clips gerettet Ihnen geht es heute gut Sie dürfen spielen, in die Schule gehen Und endlich Kind sein Aber es gibt noch viele Richards und Dorsons da draußen Die derzeit auch für die Elektrofahrzeuge Den für die Batterien benötigten Kobalt schürfen Denn die Mahner werden selten gehört Es sind solche Nachrichten, bei denen Menschen beginnen, genauer hinzuschauen Weil sie spüren, dass hier etwas nicht stimmt Es sind Augenöffner, die letztendlich zu den Enthüllungen führen, die man derzeit überall liest Nur nicht im Mainstream Wenn das Thema kommt Dem sich auch der Mainstream nicht mehr verweigern kann Spätestens dann werden auch die letzten Schläfer nicht mehr ruhig schlafen können Und beginnen, nachzudenken Es geschehen gerade viele Dinge, die kaum jemand für möglich gehalten hätte Im Rückblick wird immer deutlicher, dass Politik nicht irgendeine lineare Angelegenheit ist Stets bestrebt, dem Menschen zu dienen Sondern eher ein Zickzackkurs, der relativ unberechenbar auch einmal die Richtung wechseln kann Tatsächlich ist der im Westen geäußerte Wunsch nach einer globalen Weltordnung Seit spätestens dem 24. Februar 2022 Dem Beginn der russischen Spezialoperation Perdu Denn nun wenden viele Staaten sich offiziell vom globalistischen großen Traum der westlichen Einen-Weltregierung ab Sechs neue Staaten Ägypten, Äthiopien, Argentinien, Iran, Saudi-Arabien und VAE Also die Vereinigten Arabischen Emirate Haben sich BRICS Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika Inzwischen angeschlossen Und sind zahlenmäßig dem Westen bereits überlegen Der Trend geht eindeutig weg von Fremdbestimmung in Richtung Selbstbestimmung Die Menschheit hat sich bereits entschieden Einige bewusst, viele noch unbewusst Die Freiheit des Willens ist in uns angelegt Und sie darf nicht angetastet werden Wir sind heute an dem Punkt, wo jeder Einzelne sich irgendwann fragen muss Welche Seite er unterstützen möchte Jedes Land sollte allmählich auch die eigene Geschichte aufarbeiten Was wissen wir wirklich über unser Land Unsere Historie Und die der Erde Auf der wir leben In den USA ist bereits zu sehen Dass nicht nur die farbige Bevölkerung nicht mehr weiß Dass sie damals durch die republikanische Partei aus der Sklaverei befreit wurden Nicht von den Demokraten Aber über 80% von ihnen wählen heute die Demokraten Weil sie ihnen dankbar dafür sind Was die Deutschen betrifft, geht es hier um eine Schuld Die ihnen übergestülpt wurde Und die von vielen immer noch klaglos angenommen wird Schließlich fühlen sie sich schuldig Was geschah in den Weltkriegen wirklich? Wurden sie tatsächlich von dritter Seite gesponsert Wie man sogar noch im Internet nachlesen kann? Von wem? Es gibt Namen Aber es gibt nichts Offizielles Wäre das nicht ein Fall für engagierte Historiker Zumal wir hier eventuell gerade etwas Ähnliches In einem anderen Konflikt beobachten können? Die Ansprachen einiger Politiker, die unermüdlich daran erinnern Wie schuldig der Deutsche ist Und dass wir das nie vergessen sollten Hätten dann Vielleicht Keine Basis mehr Ihr stetes Mantra von einer Bevölkerung im Büßerhemd zu wiederholen Stete Wiederholungen sind tatsächlich eine sehr gute Methode Eine Bevölkerung, die darauf reagiert Im Duck-Modus zu halten Man nennt das auch Gaslighting Diese aufoktroyierte Schuld ist eine rein energetische Sache Auf einer gut erreichbaren Ebene Und die kann man sehr schnell loslassen So man will Den Beweis dazu liefern die vielen Deutschen Die bereits als Kinder ausgewandert sind Und die weder in der Schule Noch von zahlreichen Politikern Oder Angehörigen von Ländern Die sich für etwas Besseres halten Jemals mit einem solchen Unsinn Konfrontiert worden sind Spätestens wenn sie die neue Sprache sprachen War der Spuk vorbei Und konnte sie nicht mehr erreichen Ich habe übrigens mehrfach erlebt Wie Menschen innerhalb von Minuten Diese künstlich geschaffene Bürde los wurden Wenn man damit aufwächst Dass man schlecht oder schuldig ist Dann kann das sehr viel Kraft kosten Ohne dass man es merkt Oder darauf zurückführen würde Denn es ist ein Dauerzustand Mit dem man spätestens dann konfrontiert wird Wenn der Geschichtsunterricht in der Schule Diese Epoche erreicht Es hält uns klein Aber das sind wir nicht Deshalb muss unsere Geschichte aufgearbeitet werden Und zwar von Menschen Die nicht an diesem niederdrückenden Schweren Paket tragen Sondern von jenen Historikern Die schon jetzt Lust haben Einmal genauer hinzuschauen Und selbst zu recherchieren Es ist an der Zeit Mutig zu sein Das Jetzt aus dem heraus wir leben Wird stetig beeinflusst Aus der Vergangenheit Die immer noch lebendig ist Und von der Zukunft Die wir bereits vor Augen haben Begrenzen wir es Auf unsere persönliche Vergangenheit Und übernehmen nicht Die von anderen Der stete Blick in eine Richtung Die nicht gut tut Verhindert ein mutiges Voranschreiten Denn es lähmt jede weitere Entwicklung Die sein könnte Es wird Zeit Dass die Menschheit Zu ihrer natürlichen Kraft zurückfindet Wer in der Lage ist Sich ganz neutral In beide Zeitqualitäten Vergangenheit und Zukunft Hinein zu versetzen Wird bemerken Wie weit wir uns bereits Von den alten Zeiten Entfernt haben Je älter wir sind Desto weiter Können wir zurückgehen Da geht es nicht um Eine glückliche Oder unglückliche Kindheit Ich spreche nicht von Ereignissen Sondern von der Energie Die wahrnehmbar ist Wenn man zurückgeht Von heute aus betrachtet War die Vergangenheit drückend Auch wenn wir es anders wahrgenommen haben Es war einfach unsere Zeit Würden wir von damals Nach heute schauen Dann würden wir eine unglaubliche Leichtigkeit wahrnehmen Ich habe das schon immer gespürt Ich wusste Es würde etwas Gutes kommen Aber als Kind und Jugendliche Hatte ich keine Ahnung Was es sein würde Nur Dass etwas sehr Schönes Zu meiner Lebzeit Geschehen würde Und ich ahnte Dass es etwas Globales war Wenn ich heute An die nächsten Jahre denke Dann Kommen mir Freudentränen Das bedeutet nicht Dass global Ruhe Eingekehrt ist Sondern nur Dass die Menschheit Sich weiter entwickelt hat Denn ich nehme immer Die energetische Qualität wahr Ich spreche vorausschauend Kaum von Ereignissen Denn die können sich verändern Sondern sehe seit meiner Kindheit Nur eine unglaublich schnell Voranschreitende Progression In eine Zukunft Die uns allen gefallen dürfte Die alten Prophezeiungen Dürften seit spätestens 2012 Spürbar für mich persönlich Seit 2015 Keine Gültigkeit mehr besitzen Denn es geht nur noch In eine Richtung Genaue Vorhersagen von Ereignissen Sind sehr schwer Da der Mensch einen freien Willen hat Und sich ständig neu entscheiden kann Prophezeiungen können nur Vom Zeitpunkt des Sehens Ausgetroffen werden Und sind daher veränderlich Aber offenbar ist das Was wir gerade erleben Die Veränderung des Bewusstseins Im Sinne einer weltweiten Öffnung Der große Plan Den wir alle erfüllen wollten Und weshalb wir nun hier sind Es war nicht klar Es war nicht klar Ob wir es schaffen würden Ich schrieb immer deutlicher Die das nicht wahrhaben wollte Ich schrieb immer wieder Von einer Agonie In der die dunklen Kräfte Sich befänden Die nicht einsehen wollten Dass sie verloren hatten Aber niemand wusste damals Mit welchen Mitteln Sie sich noch wehren würden Der alte Circa 26.800 Jahre Dauernde Weltzyklus war Wie die Mayas Und andere antike Völker Es bereits berechnen konnten Im Jahr 2012 beendet worden Und ein neuer hat begonnen Das war spürbar Denn die Menschen Veränderten sich Jeder Ort hält die Energie Der Ereignisse Die dort geschahen Wir alle kennen das Und nun Mit dem neuen Umlauf der Erde Kommen wir offenbar In eine Gegend Des Weltraums Die das Erwachen Begünstigt So viele Menschen Wissen heute Dass sie mehr sind Als der Körper Und immer mehr Begeben sich auf die Suche Nach ihrem wahren Selbst Diejenigen Die gelernt haben Ihre Angst loszulassen Und die selbst in schwierigen Zeiten Ihre innere Ruhe bewahren Und ihr Licht halten können Werden nun diejenigen sein Die vorangehen in eine Zeit Die heute bereits auf wunderbare Weise Spürbar ist Tatsächlich ist es für jeden Ein individueller Prozess Wir müssen nicht auf andere warten Denn es ist eine Reise zu uns selbst Die nur wir allein antreten können Die Essenz dessen Was wir aus uns machen Fließt dann ein In den kollektiven Prozess Wir selbst können uns Wir selbst können uns unabhängig Unabhängig von diesem Kollektiv So weit entwickeln Wie es derzeit Bewusstseinsmäßig möglich ist Was immer in den nächsten Jahren Geschehen wird Es geht aufwärts Nicht nur ich nehme das wahr Sondern überall auf der Welt Hört man das Wir befinden uns Mitten in einem großen Erwachungsprozess Bei dem die Gegner der Menschen Sich gerade selbst entlarven Und somit dafür sorgen Dass dies alles überhaupt stattfinden kann Denn es sind nicht Die positiven Ereignisse Die bei den Menschen dazu führen Dass sie sich nach innen wenden Sondern es sind die Ereignisse Die sie herausfordern In einer neuen Welt Mit einem erhöhten Bewusstsein In der Mitgefühl Freude Und Dankbarkeit vorherrschen Und der Mensch gelernt hat Auch in seinen Gegnern Das Licht zu sehen Dass auch sie In ihrem innersten Wesen sind Wird es keine Kriege mehr geben Und die politischen Und gesellschaftlichen Strukturen Werden sich zugunsten Der Bevölkerung ändern Es geht gar nicht anders Wenn jeder jedem von Herzen Das Beste wünscht Und die Energien der alten Zeit Wie Hass, Missgunst, Gewalt Lüge und vieles mehr In diese neue Bewusstseinsebene Nicht mitgenommen werden können Sie gehen allerdings Nicht von alleine weg Man muss etwas dagegen tun Ein kollektives Bewusstsein Das nicht nur Frieden will Sondern diesen Frieden In sich lebendig werden lässt Angefangen mit jedem Einzelnen von uns Wird jeden Krieg verhindern Das ist der schwere Weg Aber es ist auch der einzige Der zu dem führt Was so viele Menschen Sich inzwischen wünschen Frieden Der Schleier zur fünften Welt Der feinstofflichen Wird langsam immer durchsichtiger werden Aber niemand muss auf den anderen warten Es ist ein individueller Weg Und er ist heute sehr viel leichter Als noch im letzten Jahrhundert Als die Menschen begannen Sich für diese Themen zu interessieren Schon immer gab es Menschen Die zwischen den Welten wandelten Aber unsere Generation heute Hat es möglich gemacht Dass es bald alle sein werden Hören wir unseren Kindern zu Wenn sie uns erzählen Was sie sehen Lernen wir von ihnen Und sagen wir niemals Das gibt es nicht Wenn sie uns erzählen Was sie wahrnehmen Das wäre ein guter Anfang